Ich war letztens im ZDF, um mein Gemälde zu verkaufen Der Plan für den nächsten Tag war, das Geld dann zu versaufen Ich bin also unterwegs, die Kneipe ist mein Ziel Da sagt meine Freundin zu mir, trägst du heute bitte nicht so viel Und ich sag, schau mal mal, was wird Schalalalalalala, schau mal mal, was wird Schau mal mal, was wird Schalalalalalala, schau mal mal, was wird Ich war damals 14 Jahre alt Und wollte endlich auch mal fort Ich hatte mir da auch schon was ausgesucht Und zwar den Bauwagen im nächsten Ort Ich bin also unterwegs Und freu mich auf mein erstes Bier Da schreibt mir meine Mutter noch nach Um 11 Uhr bist du wieder hier Und ich sag, schau mal mal, was wird Schalalalalalala, schau mal mal, was wird Schau mal mal, was wird Schalalalalalala, schau mal mal, was wird Und ich sag, schau mal mal, was wird Schau mal mal, was wird Schalalalalalala, schau mal mal, was wird